2020, was für ein Jahr! Also machen wir uns nichts vor. Dieses 2020 wird sich in die Geschichtsbücher einbrennen. Ja, Gewissheiten sind implodiert, Selbstverständlichkeiten sind erodiert, Perspektiven sind pulverisiert. Historiker sind sich jetzt schon einig, nichts wird jemals wieder wie vorher sein nach diesem 06 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien im November. Und tatsächlich forderten auf einmal so genannte kritische Stimmen. Die DFB-Spitze möge doch bitte den Bundestrainer ablösen. Aber der DFB hat zum Glück die Nerven bewahrt und sachlich argumentiert. Da hieß es nämlich, wenn eine Kanzlerin über 15 Jahre Deutschland in einen gemächlichen Dämmerzustand versetzen darf, wäre es unfair, einen Jogi Löw nach 14 Jahren abzuservieren. Außerdem gab es ja auch sehr schöne Achtungserfolge. Nur ein paar Tage vor diesem Jahrhundertdesaster gegen die Spanier gab es zum Beispiel einen knappen Sieg gegen die Ukraine. Gut, bei den Ukrainern fehlte die halbe Mannschaft gegen Corona, also lief auch nur eine halbe Mannschaft auf gegen Germany und hielt auch noch brav Abstand zum Gegner, weil man will sich ja nicht anstecken. Also das Hauptanliegen des DFB war 2020 sowieso eher sozialer Art. Man wollte Stimmungsaufheller sein in einem Deutschland, das längst nur noch zwei Kategorien kannte nach acht Monaten Pandemie, Hysterie und Lethargie. Ja, der DFB wollte die nervös-melancholische Stimmung im Lande ins Positive drehen. Und da kam das Spiel gegen Spanien Grottrecht, also sozusagen als Wellenbrecher. Ab der ersten Minute wurde deutlich, hier steht eine Elite-Truppe auf dem Platz, die das Volk der Dichter und Denker auf andere Gedanken bringen will. Was da auf dem Rasen stattfand, war praktisch ein sportlicher Lockdown in kurzen Hosen. Und Jogi Löw hat sein Image als der große Magier bestätigt. Ja, er präsentierte die bestmögliche Aufstellung mit der schlechttestmöglichen Einstellung. Ja, bis zur Europameisterschaft im Juni hofft Jogi daher auf strengere Corona-Vorschriften. Zum Beispiel der Gegner darf die deutsche Spielhälfte nur gegen Vorlage eines negativen Corona-Tests betreten und der deutsche Strafraum bleibt generell gesperrt. Der spektakulärste Auftritt der DFB-Elf war übrigens bei, wer wird Millionär? Ja, ja, der DFB-Oberanimateur Oliver Bierhoff schickte die Elite-Kicker zu, Günter Jauch. Und das versetzte einige Spieler dann schon in Panik. Weil, wer will schon Millionär werden, wenn er längst Multimillionär ist? Manche sagen das als Drohgebärde vom DFB, ganz nach dem Motto, wenn ihr weiterhin so rumguckt auf dem Platz, droht der finanzielle Absturz. Aber Teammanager Bierhoff macht sich eben Gedanken um einen Plan B. Wenn die EM so ein Flop wird wie die letzte WM, sieht er die Zukunft der Nationalspieler eben mehr in der Showbranche. Es kann also sehr gut sein, dass bald Helene Fischer nicht mehr in der Halbzeit eines Fußballspiels ihren Auftritt hat, sondern die DFB-Elf bei einem Helene-Fischer-Konzert. Und beim DFB hat sich die Erkenntnis durchgesetzt. Früher war vielleicht nicht alles besser, aber sehr wahrscheinlich waren die Spanier früher schlechter. Angela Merkel hat sich übrigens auch schon bedankt beim DFB. Denn erst waren die Fans sauer, dass sie nicht mehr ins Stadion durften. Jetzt sind die Fans froh, dass sie bei Länderspiel nicht mehr ins Stadion müssen. Und was für den Bundestrainer das Spanien-Spiel war, war ja übrigens für den US-Präsidenten die Wahl. Also auch dem Trump kam nach der Wahl so manche Spanisch vor. Und ähnlich wie Löw will auch der gute Donald nicht gehen. Aber im Gegensatz zum Bundestrainer ist Donald Trump nicht dauernd abgetaucht. Donald Trump wollte ja den Amerikanern auch so die Angst vor Corona nehmen. Aus Solidarität hat er sich sogar Corona selber zugelegt. Als Normalbürger ohne Corona wurde man da direkt neidisch. Oder man fühlte sich als Außenseiter. Ich meine, was hat der Trump gesagt? Es sei Gottes Segen, dass er Corona bekommen hat. Das heißt, im Umkehrschluss, ohne Corona gehörst du zu den Verdammten. Und wenn man diesem Trump so zuhört, denkt man automatisch, ein Leben ohne Corona ist mindestens langweilig, wenn nicht sogar sinnlos. Vor allem ist Trump der lebende Beweis, dass Quarantäne völlig überschätzt wird. Der Trump hat das Virus nämlich höchstpersönlich quasi Gassi geführt. Mal sind die beiden in der gepanzerten Limousine spazieren gefahren. Mal waren sie im gepanzerten Hubschrauber unterwegs. Und so war das Virus immer gut geschützt. Alles andere wäre auch verantwortungslos gewesen. Und ein Trump ist ja bekanntlich die menschgewordene Verantwortung. Weil einfach so ohne Schutz in Amerika auf die Straße gehen, da musst du schon lebensmüde sein. Da kann sich so ein junges Virus wie Corona wunderwas einfangen. Also eines muss man den Trump wirklich lassen. Er hat Corona definitiv die Angst vor den Menschen genommen. Und er hat den Menschen die Angst vor Corona genommen. Da kann sich die Angela Merkel aber ganz große Scheibe abschneiden vom Trump. Die Merkel ist ja da bei dem Thema eher so eine Paniknudel. Was hat sie gesagt? Jeder und jede kann und muss einen Teil dazu beitragen, das Virus aufzuhalten. Also für mich klingt es jetzt nicht allzu gastfreundlich. Aber der Trump hat Corona ein menschliches Antlitz gegeben, weil er gleich gesagt hat, Corona ist ein Genes. Da hat man als Normalbürger sofort eine Assoziation. Ja, so Peking, Ente, Sushi. Sie werden jetzt sagen, Moment mal, Sushi ist doch japanisch. Ja, da aber sagt ein Trump, ein Chines ist ein Chines, egal ob er Japaner ist oder nicht. Also wenn es darum geht, Zuversicht zu verbreiten, war Trump auch 2020 unschlagbar. Wie sehr der Optimismus in Amerika zunimmt, konnte man sehr gut statistisch nachvollziehen. Und zwar bei den Waffenverkäufen. Die Zahlen sind ja förmlich explodiert. Also eine durchschnittliche vierköpfige Familie in Amerika ist beim Thema Waffenbeschaffung der deutschen Bundeswehr weit, weit überlegen. Ja, und in Sachen liberaler Demokratie hinken wir in Germany den Amerikanern leider noch weit hinterher. Wenn ich da in Amerika sehe, wie allein die Wahlehelfer vom Trump schon ausgerüstet waren, da kann unsere GSG 9 nur neidisch werden. Die Trump-Fans sind ja nach wie vor sehr optimistisch, dass sich die Lage bald wieder beruhigt. Die sagen, für uns ist nicht wichtig, wer die Wahl gewonnen hat. Für uns ist nur wichtig, dass Trump Präsident bleibt. Ja, der Trump selber macht momentan das einzig Richtige. Geht auf den Golfplatz und gibt den großen Versöhner. Ja. Der Trump sagt, Joe Biden und Kamala Harris spalten unsere große Nation. Die Harry Schwarz, der Biden weiß. Ich aber sage euch, wir müssen weg von diesem Schwarz-Weiß denken. Drum bereitet Trump seit Monaten große Klagen vor. Trump ist der Überzeugung, in einem Rechtsstaat soll nicht Wähler, sondern Gerichte entscheiden, wer Präsident ist. Was den Trump stutzig macht, bei der Wahl 2016 hatte die Hillary Clinton ungefähr vier Millionen Wähler mehr als der Trump. Aber Präsident ist dann er geworden. Jetzt 2020 hat der Trump acht Millionen Stimmen mehr als er selber 2016. Und da soll er jetzt der Wahlverlierer sein. Also das riecht schon arg nach Verschwörung. Apropos Verschwörung. Seit Monaten hat der Trump propagiert, dass der Impfstoff gegen Corona bald da ist. Trump hat immer gesagt, es ist nur eine Frage von wenigen Stunden bis höchstens paar Monaten. Da hat ihn die ganze Welt ausgelacht. Und kurz nach der US-Wahl wird was bekannt gegeben? Der Impfstoff kommt. Und das soll alles nur Zufall gewesen sein? Da sagt ein Trump, das ist kein Zufall, das ist ein Affront gegen den besten US-Präsidenten aller Zeiten. Weil dem Trump gefällt es halt im Weißen Haus so gut, der will da nicht ausziehen. Der Trump hat dem Biden sogar angeboten, dass der Biden selber gerne ins Gästehaus einziehen kann, wenn der Biden auch seine Wahlniederlage eingesteht. Trump zieht definitiv nicht aus, aus dem Weißen Haus. Wenn alle Stricke reißen, da klagt er auf Eigenbedarf. Und drum lässt der Trump ja seinen Frust nicht an Joe Biden aus. Der Trump sagt, dass Joe Biden Präsident werden will, ist völlig in Ordnung. Jeder hat seine Träume. Bis die Gerichte entschieden haben, wer Präsident wird, hat der Biden längst Demenz. Mein Hirn ist noch topfit, ich benutze es ja selten. Aber wenn Trump mal sein Hirn eingeschaltet hat, dann kamen äußerst praktikable Ideen raus. Und gerade was den Umgang mit Desinfektionsmitteln betrifft, da verlässt sich ein Trump auf seinen gesunden Menschenverstand. Er hat erfahren, dass Desinfektionsmittel auf Oberflächen äußerst wirkungsvoll sind. Da dachte er sich, Donald, dann müsste das Zeug ja direkt in die Blutbank gespritzt erst recht effektiv sein. Ja, das Problem war halt die Umsetzbarkeit. Desinfektionsmittel waren ja lange Zeit Mangelware. Überhaupt war lange Zeit die Verfügbarkeit das Hauptproblem. Stichwort Masken. Auch die Bundesregierung konnte erst spät die Maskenpflicht einführen, weil schlicht nicht genug vorrätig waren. Als dann klar wurde, dass unendlich viele Masken gebraucht werden, spielten sich auch wieder kuriosen Szenen ab. Denn auch da galt für Trump America first. In den ersten Wochen der Pandemie haben sich die Amis Maskenlieferungen gesichert, die eigentlich für Europa bestimmt waren. Man muss den Amis da zugute halten. Sie verzichteten nicht nur auf Gewalt, sondern zahlten auch sehr faire Preise. Auf allen Rollfeldern der chinesischen Flughäfen tauchten auf einmal Amerikaner auf mit Riesengeldkoffer. Und die Amis haben gesagt, was, wo sollen die Masken hingehen? Frankreich, pass auf, ich zahl dir den doppelten Preis und der Franzose soll einfach seine Weinbergschnecken fressen. Da haut das Virus freiwillig ab. Auch Deutschland wurde Opfer der amerikanischen Einkaufsmethoden. Manche Lieferanten hatten am Anfang noch ein schlechtes Gewissen. Die haben gesagt, wir müssen ja Lieferverträge einhalten. Und da haben die Amis gesagt, die EU-Länder halten ja nicht einmal untereinander EU-Verträge ein. EU heißt doch im Endeffekt alle bescheißen und am Ende bezahlt Deutschland. Also her mit der Ware, wir zahlen schließlich deutlich mehr als Germany. Für die Amerikaner war nur wichtig, sie haben genug Maske im Lande. Tragen muss man sie deswegen noch lang nicht. Trump hat seinem Volk lediglich zeigen wollen, was wir wollen, kriegen wir auch. Das Kalkül lautete, wenn die Bevölkerung sieht, dass die Versorgung gesichert ist, kommt keine Panik auf. Und dann kann man auch viel leichter Solidarität einfordern. Und bei uns in Bayern hat das als allererster natürlich wer begriffen? Markus Söder. Wer sonst? Söder wusste, der Bayer an sich ist leidensfähig und solidarisch, solange jedes Jahr im Frühjahr seinen Spargel bekommt. Also man kann sogar sagen, der Spargel ist die Messlatte für bayerische Solidarität. Gerade in Zeiten von Corona. Ich hab mich da voll anstecken lassen. Ich war solidarisch wie noch nie. Was hab ich mir Spargel reingehauen? Nur aus Solidarität. Also in Zeiten von Corona ist für uns in Deutschland der Spargel das, was früher die Banane in der DDR war. Gut, der Spargel musste nicht importiert werden. Aber der Spargelstecher, der musste importiert werden. Und da war Deutschland immer schon auf die Solidarität der Osteuropäer angewiesen. Nur dieses Jahr mehr denn je. Weil ja die Grenzen eigentlich nicht waren. Und wie hat der Söder reagiert? Er hat massiven Druck auf die Bundesregierung ausgeübt. Er hat gesagt, Freunde, beim Spargel versteht der Bayer keinen Spaß. Ich bin auch nicht scharf drauf, den halben Ostblock bei uns hier zu haben. Aber der Spargel muss geerntet werden. Und wie hat die Bundesregierung reagiert? Sie hat in einem grandiosen Kraftakt eine Luftbrücke geschaffen und die Spargelstecher eingeflogen. Also ich hab ja jedes Mal beim Spargel-Essen eine Gänsehaut bekommen. War in den Himmel geschaut und dann immer man ein Flugzeug sah, wusste man, Rettung naht. Ich muss jetzt nur noch Schinken und Kartoffeln kaufen. Das war wie damals 1948 bei der Teilung von Berlin. Damals waren es Rosinenbomber, jetzt waren es halt die Spargelbomber. Diese logistische Meisterleistung. Tausende Spargelstecher pünktlich gelandet, obwohl die Grenzen dicht sind. In Deutschland hat der Spargelstecher jetzt quasi Diplomatenstatus. Zu Recht. Schauen Sie, das ist für mich Europa. Wenn ich im Frühjahr Spargel essen kann bis zum Abwinken. Seien wir doch ehrlich, wenn wir genug Spargel haben, ist die Kontaktsperre lästig, aber sinnvoll. Aber eine Kontaktsperre ohne Spargel, schauen Sie, das ist Krise. Ja, weil der Spargel beruhigt. Wäre der Spargel ein Politiker, würde er bestimmt Markus Söder heißen. Das sagten auch die Umfragen im Frühjahr. 94% Zustimmung für Markus Söder. Also das Motto der Deutschen lautete praktisch, je öder der Corona-Alltag, desto Söder die Politik. Vor ein paar Monaten hatten wir noch Friday for Future. Auf einmal hieß es jetzt Söder for Germany. Aber so hoch ist ja schnell vorbei, wenn die Krise dann auch mal vorbei ist. Darum tendierte der Söder sehr früh zur Maskenpflicht. Ja, der Söder wusste, solange alle mit einer Maske rumrennen, herrscht Krisenstimmung. Ich glaub sogar, der Söder will eine Maskenpflicht bis zur Bundestagswahl. Und im Wahlkampf wird die CSU dann propagieren, wer die Maske vor der Wahl abnimmt, kriegt zur Strafe Robert Habeck als Bundeskanzler. Ja, wenn Corona noch länger dauert, schaut's ja nicht gut aus für den Habeck. Der kann jetzt nur noch hoffen, dass irgendwo vielleicht der Atomreaktor überreagiert. Sonst steht vielleicht irgendwann mal in den Geschichtsbüchern, Corona machte Robert Habeck zum politischen Spargelharzern. Darum auch mein Appell an Sie, halten Sie durch bis zum Frühjahr und essen Sie dann wieder Spargel, damit die Luftbrücke nicht umsonst war. Angesichts der Corona-Krise wurde der Söder quasi selber zur politischen Luftbrücke. Für eine Mehrheit der Deutschen. Er hat im März gleich kapiert, jetzt schlägt seine Stunde. Das Virus war für Söder fast schon ein Komplize. Und dazu hat ja gepasst, die Bundeskanzlerin musste in Quarantäne, war somit neutralisiert. Also, Freibahn für Söder. Ab da war er eigentlich nur noch ehrenamtlich Ministerpräsident in Bayern. Hauptamtlich war er der Anführer der schwarz-roten Revolutionsgarten. Assistiert von Gesundheitsminister Spahn und Finanzminister Scholz. Söder hat den Spahn zum obersten Apotheker ernannt und den Scholz zum obersten Geldkofferträger. Also, die Große Koalition war so groß wie noch nie zuvor. Die Umfragewerte für schwarz-rot stiegen parallel zu der Zahl der Neuinfektionen. Große Unterstützung kam auch von den Grünen, wenn auch eher unfreiwillig. Der Lockdown sorgte dafür, dass viele Hotels binnen weniger Tage vor der Insolvenz standen. Und dann kam der große Auftritt von Habeck. Robert Habeck, der grüne Kanzler der Herzen, hat den Hoteliers nämlich geraten, nutzt doch die neu gewonnene Freizeit und tauscht eure alten Ölheizungen aus gegen hochmoderne Wärmepumpen. Habeck hat dadurch einmal mehr seinen exorbitanten ökonomischen Sachverstand vorgeführt. Frei nach dem Motto, wenn du kein Geld mehr hast und du nicht weißt, wann und ob je wieder Geld reinkommt, solltest dich unbedingt in Schulden stürzen. Ist halt eher eine schräge Definition von Solidarität. Ja, die Habeck-Gegner, die haben ihm das ja äußerst übel genommen. Der Vorwurf lautete, Mensch, der hat ja null Empathie für die Wirtschaft, null Gespür für die Not von Unternehmen. Wenn Habeck sieht, wie es ein Kleinkind mit dem Roller zerlegt, würde der wahrscheinlich nicht hinlaufen und schauen, ob das Kind verletzt ist. Er würde wahrscheinlich aus sicherer Entfernung rufen, versuch's lieber mal mit einem Dreirad. Aus bayerischer Sicht war der Fall klar, der Habeck kann es ja gar nicht besser wissen. Der hat ja sein Abitur schließlich in Schleswig-Holstein gemacht. Zufall oder nicht, genau in der Woche. In der der Habeck seinen Flop hingelegt hat, hat die Kultusministerin in Schleswig-Holstein vorgeschlagen, das Abitur ausfallen zu lassen. Man weiß nicht, ob das jetzt als Hommage an Habeck gedacht war. Habeck war im März jedenfalls der lebende Beweis, dass man auch mit Abitur einfachste Zusammenhänge nicht unbedingt begreifen muss. Aber auch im hohen Norden gab es viel Hilfsbereitschaft in Sachen Corona. Zum Beispiel von der Firma Jägermeister. Jägermeister hat ruckzuck 50.000 Liter Alkohol zur Verfügung gestellt, zwecks Produktion von Desinfektionsmitteln. Dadurch hätt's natürlich zu Engpässen kommen können bei der Versorgung der Bevölkerung mit klassischem Jägermeister. Ja, man befürchtete schon Hamsterkäufe. Aber dem hat der Gesundheitsminister zum Glück einen Riegel vorgeschoben. Das Gesundheitsministerium ließ die treue Jägermeistergemeinde gleich wissen, wer bis zum Ende der Pandemie auf sechs Ämtertropfen umsteigt, kriegt die Umschulung von der Krankenkasse bezahlt. Wir konnten also Anfang des Jahres viel Improvisation und Solidarität erleben. Und besonders hart traf es ja leider Italien. Da geriet alles außer Kontrolle. Sämtliche Systeme waren heillos überlastet. Und da schlug die große Stunde der EU. Alle europäischen Staaten haben nämlich gesagt, liebe Italiener, wir drücken euch die Daumen. Sorry, dass wir jetzt die Grenzen dicht machen und den Kontakt zu euch abbrechen. Bitte nicht persönlich nehmen, aber im Sommer schauen wir wieder vorbei am Gardasee. Und die ganze Welt hat mal gesehen, was die sogenannten europäischen Werte tatsächlich wert sind. Im Ernstfall. Dann geschah etwas Sonderbares, aber aus italienischer Sicht auch etwas Wunderbares. Auf einmal landeten haufenweise riesige Militärflugzeuge des Typs Ilyushin auf italienischem Boden. Und auf den Fliegern waren nicht nur russische, sondern auch italienische Fahnen aufgeklebt. Und der Schriftzug from Russia with love. Mit diesen Flugzeugen kamen ja nicht nur Masken und Desinfektionsmittel, sondern auch dutzende russische Virologen und Epidemiologen. Und in Brüssel wusste man jetzt nicht so recht, soll man sich jetzt ärgern, dass Russland die Heuchelei in der EU so bloßstellt? Oder soll man sich freuen, dass wenigstens Russland ein Herz für die Italiener hat? Aber dann wurde Brüssel noch besser blamiert, denn Russland war keineswegs eine Ausnahme. Aus Kuba kamen Ärzte. Aus China kamen jede Menge Beatmungsgeräte und Mediziner. Und der NATO-Staat Italien hat schnell begriffen, wenn's hart auf hart kommt, ist immerhin auf das russische Militärverlass. Bayern kam glücklicherweise ohne russische Intervention aus. Bayern war in Punkto Materialnachschub bestens aufgestellt. Bayerns Anti-Corona-Task-Force war und ist nämlich kein geringerer als unser Aiwanger Hubert. Und jetzt, am Ende des Jahres, muss man konstatieren, in Sachen Versorgung ist der Aiwanger Bayerns Antwort auf Amazon. Also, dass 2020 das Jahr das Hubsi wird, hat sich aber sehr früh angedeutet. Schon beim politischen Aschermittwoch wurden die ersten Akzente gesetzt. Also noch weit, weit vor Corona. Als noch ganz Europa dachte, Corona kriegen nur Chinesen die ungeimpfte Pfledermäuse roh essen. Am Aschermittwoch hat Kultusminister Peer Zolo jedenfalls prophetisch gesagt, bei uns, wenn's eine Position zu besetzen gibt, dann ist das ganz einfach. Der Hubert Aiwanger meldet sich, wir wissen, dass er's kann und wählen ihn. Die Generalsekretärin der Freien Wähler, eine Susan Enders, hat sogar noch eins draufgesetzt. Ich darf die Frau Enders zitieren. Jetzt kommt unser Landes- und Bundesvorsitzender und, wer weiß, unser nächster Bundeskanzler oder Kanzlerkandidat. Darum hat der Aiwanger sämtliche Klischees widerlegt. Es hieß zum Beispiel, niemand war vorbereitet auf die Pandemie, obwohl klar war, dass sie kommt. Oder auch, dass der Horizont von Politikern angeblich nur bis zum Ende der Legislaturperiode reicht, wenn nicht gar nur bis zur nächsten Brotzeit. Aber Hubert Aiwanger toppte das alles. Weil er gleich mal der ganzen Welt gezeigt hat, sein Horizont geht mindestens bis zum nächsten Händl. Dem Hubert lag natürlich das Wohl der bayerischen Gastronomie sehr am Herzen. Da hat er eine Rede im Landtag rausgehauen, die es in sich hatte. Sinngemäß war dem Aiwanger das halbe Händl im Mund lieber als die ganze Ente auf dem Dach. Weil er nämlich befürchtete, dass bei längerer Auszeit für Wirtshäuser am Ende kein Hahn mehr nach bayerischer Wirtshauskultur grät. Das haben sie jetzt schon verstanden, gell? Oder nicht? Ja gut, dann hilft alles nichts. Bitte anschnallen. Jetzt kommt der Originaltext vom Hubsi. Die Versicherungen sind auf die Gastrobranche zugegangen, zahlen jetzt schon. Also die haben jetzt schon das halbe Händl bratfertig am Tisch. Die Alternative wäre gewesen, wenn ich mich zurücklehne, dass ich sage, da läuft das Händl irgendwo hinten im Garten rum, fangst dir ein, dann hast du ein ganzes Händl. Du brauchst aber den Rechtsanwalt dazu. Ich garantiere dir nicht, dass du das ganze Händl jemals sehen wirst. Ja, dem Hubsi war völlig klar. Der Weg zu geöffneten Wirtshäusern führt nur über landesweite Hygiene. Dementsprechend hat sein Einkaufszettel ausgesehen im April. Ja, jede Menge Kopfkissen standen da drauf, Matratzen. Also falls mal Messehallen zu Krankenhäusern umfunktioniert werden müssen. Desinfektionsmittel sowieso. Und als absolutes Highlight 90.000 Wischmops. Seitdem rätseln Hygiene-Experten, warum gerade 90.000? Ganz einfach, mehr war leider nicht auf dem Markt. Durch Aiwangers Kaufrausch wurde Mobbing quasi salonfähig. Und die Opposition in Bayern kann nie wieder behaupten, der Aiwanger ist nicht ganz sauber. Apropos nicht ganz sauber, wir müssen dieses Jahr natürlich auch über Wirecard reden. Die gute Nachricht ist ja, neben Corona hat dieses Jahr ein anderes Virus auch für positive Schlagzeilen gesorgt, und zwar das Börsen-Virus. Den Börsen konnte ja Corona nix anhaben. Ich muss zugeben, mich hat das Börsen-Virus im Juli erwischt. Da bin ich richtig fett eingestiegen bei Wirecard mit 10 Euro. Hätte im Mai nicht funktioniert. Da war die Aktie noch weit über 100 Euro. Im Juli bekam man für 10 Euro schon das halbe Unternehmen. Also das waren echte Einstiegskurse. Es hat auch nicht lang gedauert, bis jeder kapiert hat, Wirecard, das wird die Börsen-Story des Jahrzehnts. Ja, ich denk ja gern zurück an den Sommeranfang. An einem Freitag hat Wirecard bekannt gegeben, es gibt ein Loch von 1,9 Milliarden Euro. Das war jetzt für den Kurs der Aktie nicht förderlich. Aber drei Tage später, am Montag, ging es schon um 200 Prozent nach oben. Warum? Weil da jeder kapiert hat, Wirecard konzentriert sich auf das operative Geschäft. Und da bleibt halt automatisch weniger Zeit für den ganzen Bürogramm. Ich mein, da geht's um Milliarden. Da kann man doch als Wirecard- Management nicht den ganzen Tag Kontoauszüge kontrollieren. Und drum ist bei Wirecard viel Luft nach oben. Da werden Sie jetzt sagen, was, Erfolg, trotz Insolvenz. Ja, da sag ich nicht trotz Insolvenz, sondern grad wegen der Insolvenz. Als es noch ruhig war bei Wirecard, stand ja die Aktie in der Spitze bei 190 Euro. Da ist nimmer viel Luft nach oben. Aber ein Aktienkurs von, sagen wir mal, 80, 90 Cent, schauen Sie, das beflügelt die Fantasie. Und der Deutsche soll ja in Aktien investieren. Ja, weil es die nächsten zehn Jahre keine Zinsen geben wird fürs Festgeld oder sowas. Und Wirecard ist jetzt ja keine Briefkastenfirma. Die haben in Aschheim bei München draußen einen Mords-Bürokomplex. Und einen Chef aus Österreich. Und überhaupt, der Umgang mit Wirecard war ja alles andere als fair. Da muss man jetzt auch mal die Öffentlichkeit ein bissel kritisieren. Überall hat's geheißen, was sind das für Pfeifen bei Wirecard. Da verschwinden einfach so mal 1,9 Milliarden. Die gehören alle eingesperrt. Also ich als Wirecard-Großaktionär kann da nur appellieren, bitte bei den Fakten bleiben. Nirgendwo sind 1,9 Milliarden verschwunden. Diese berüchtigten 1,9 Milliarden waren nämlich ja gar nicht da. Und was nicht da war, kann auch nicht verschwinden. Der Vorstand hatte lediglich gehofft, dass diese 1,9 Milliarden existieren. Mein Gott, ist das jetzt so abwegig. Ein junges Unternehmen, engagierte Mitarbeiter, dann auch noch im digitalen Bereich tätig. Da ist doch mal noch Träumen erlaubt. Seit Jahren wird an der Wirtschaft kritisiert, dass es nur noch ganz nüchtern um Zahlen geht. Jetzt haben wir mal einen hochmotivierten DAX-Konzern, dem es nicht nur um Zahlen geht und das passt auch wieder keinem. Ein Börsenkurs bewertet bekanntlich nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft. Und die ist rosig. Fachleute sagen sogar, diese Pleite ist die konsequente Umsetzung der Geschäftsidee von Wirecard. Wofür steht denn, Wirecard? Für bargeldlose Zahlungsabwicklung? Was würde das also bedeuten, wenn Wirecard diese 1,9 Milliarden tatsächlich auf einem Konto in Asien gehabt hätte? Ja, da hätte man das Geld quasi bar abheben können. Obwohl Wirecard sagt, die Zukunft gehört dem bargeldlosen Bezahlen. Ja, das wäre ja ein Misstrauensvotum gegen das eigene Geschäftsmodell gewesen. Also wie wenn jetzt ein vegetarisches Restaurant nebenbei Rinderzucht betreibt. Die Aufregung um Wirecard wäre vielleicht kleiner, wenn das Unternehmen nicht in Deutschland beheimatet wäre. Wirecard heißt wortwörtlich Kabelkarte und der Deutsche hat halt lieber WLAN statt Kabel und zahlt nach wie vor lieber Bar statt mit Karte. Und drum war ja Wirecard den Deutschen von Haus aus immer so ein bisschen suspekt. Aber die Fachwelt ist sich einig, 2021 kommt Wirecard zurück. Siehe, sogar das bayerische Wirtschaftsministerium hat schon Unterstützung zugesagt. Falls Wirecard umsteigt auf den Vertrieb von Wischmops. Wie wird sich Corona auf das Arbeitsleben auswirken? Das war eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Frage für die Bundesregierung. Vor allem das Thema Heimarbeit hat ja alle beschäftigt. Haut das hin oder leidet der Folterfirma drunter, wenn viele Mitarbeiter von daheim ausarbeiten? Ein Vorteil liegt auf der Hand. Man spart Zeit, Geld und Nerven, wenn man nicht jeden Morgen ins Büro fahren muss. Für die Umwelt ist es auch nicht schlecht. Also speziell April bis Juni wurde deutlich weniger Sprit verbraucht als sonst. Dann die ganzen Inlandsflüge alle gestrichen, weil keine Konferenzen und Messen mehr stattgefunden haben. Also ein Fazit von Corona ist definitiv, man ist deutlich mehr daheim als vor Corona. Und das bleibt auch so, wenn man den Investoren glauben darf. Wissen Sie, wo die Investoren jetzt euer Geld reinhauen? Essenslieferdienste. Wenn ich sage, Milliarden puttern die da rein, die Investoren glauben, dank Corona bestellt sich jeder achtmal am Tag Essen über so einen Lieferdienst. Ab jetzt braucht man nicht einmal mehr sein Weißbier selber aus dem Kühlschrank holen. Na, das erledigt der Lieferdienst gleich mit. Wir werden uns dran gewöhnen, dass dauernd eine lausig bezahlte Fahrradkurie mit bunten Helm bei uns im Haus rumhupft. Sagen zumindest die Investoren. Sonst würden die ja nicht ihr Geld da reinbuttern. Wie gesagt, Milliarden über Milliarden. So eine Lieferfirma hat es jetzt sogar in den DAX geschafft. Sie am Fernseher daheim werden vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was unser lieber DAX lässt sich mit so dubiosen Firmen ein. DAX, das war doch Allianz, Adidas und BMW. Also Unternehmen, die über Jahrzehnte über vernünftiges Geschäftskonzept verfügt haben und deshalb ja auch jedes Jahr Milliarden verdient haben. Gut, wenn man ehrlich ist, ist das ja nicht immer so gewesen. Beispiel Wirecard. Wirecard hat gezeigt, in den DAX kann man es auch mit Lug und Trug schaffen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, jetzt wurde Wirecard ersetzt durch den Lieferdienst Delivery Hero. Im Gegensatz zu Wirecard ist Delivery Hero grund-ehrlich. Delivery Hero sagt nämlich, wir machen bislang nur Verluste. Aber die gute Nachricht lautet, im ersten Halbjahr hat Delivery Hero den Umsatz verdoppelt. Die noch bessere Nachricht lautet, Delivery Hero hat auch den Verlust verdoppelt. Wahnsinn, oder? Das muss man sich mal vorstellen. Je mehr in diesem Laden gearbeitet wird, umso mehr Geld wird verbrannt. Also früher wäre so eine Firma zum Teufel gejagt worden. Heute kommt man so in den DAX. Und die Anleger belohnen Delivery Hero dafür, dass sie sich ohne Rücksicht auf Verluste selbst verwirklicht. Doch toll, oder? Dass das Soziale für die Anleger wichtig ist als Profit. Geld hat also für die Investoren keine Bedeutung mehr. Ist ja auch logisch. Schauen Sie, jetzt haben wir schon seit Jahren Minuszinsen. Was bedeutet denn das? Das heißt doch, dass Geld nix mehr wert ist. Und wer ist Nutznießer von dieser Entwicklung? Unter anderem Delivery Hero. Und dieser Lieferdienst ist an der Börse jetzt schon, glaube ich, vier oder fünf Mal so viel wert wie die Lufthansa. Obwohl Delivery Hero kein einziges Flugzeug besitzt. Und darum haben jetzt Unternehmensberater auch der Lufthansa empfohlen, das Prinzip dieser Lieferdienste zu übernehmen. Also niedrige Löhne. Und als Transportmittel Fahrräder statt Flugzeug. Der Ausdruck Radfahrer hat ja auch eine symbolische Bedeutung. Opportunisten, die nur auf ihren Vorteil aussehen, werden ja auch gern als Radfahrer bezeichnet. Aus Sicht der Sozialdemokraten war völlig klar, wer der Radfahrer des Jahres ist ... Sigmar Gabriel. Der erste Schock für die Sozis war schon Anfang des Jahres, als es hieß, Sigmar Gabriel wird Aufsichtsrat der Deutschen Bank und bekommt dafür eine solide sechsstellige Summe pro Jahr. Die Deutsche Bank sagt, sie schätzt am Gabriel seine Kompetenz. Der Gabriel weiß angeblich, dass Kontonummern nur aus Zahlen bestehen und die PIN von seiner EC-Karte kann er sogar auswendig. Aber ganz wichtig ist, der Gabriel kam in den Integritätsausschuss der Deutschen Bank. Und beim Thema Integrität macht dem Gabriel keinem was vor. Von März bis Mai war er nämlich Berater beim integersten Unternehmen überhaupt, und zwar bei Tönnies. Tönnies ist ja bekannt für Fleisch, Wurst und Corona. Und bitte, die Reihenfolge gilt es zu beachten. Erst heuerte Gabriel bei der Deutschen Bank an und kurz danach bei Tönnies. Und der Herr Tönnies hat sich gedacht, die Deutsche Bank holt ja nur sogenannte Ehrenmänner. Also ist der Gabriel einer für mich. Als Sozialdemokrat und ehemaliger Wirtschaftsminister schätzt heute der Gabriel das Ausbeutungssystem in der Fleischindustrie. Und er hat auch verstanden, warum die Arbeiter so schlecht bezahlt werden beim Tönnies. Weil der Tönnies ja einen Haufen Geld braucht eben für Berater wie ihn. Der Beratervertrag von Gabriel war äußerst fair. 10.000 Euro pro Monat, wenn er nix arbeitet. Wenn er doch was arbeitet, gibt's dann pro Tag ein paar Tausender extra. Also sind die 10.000 Euro nur so Art Bereitschaftsprämie gewesen. Klingt jetzt vielleicht unverschämt, aber der Gabriel selber vergleicht das mehr so zum Beispiel mit der Bereitschaftspolizei. Ein Bereitschaftspolizist kriegt ja auch sein Gehalt dann, wenn gerade mal kein Einsatz ist. Für das bissl Geld hätte der Tönnies keinen besseren Lobbyisten kriegen können. Das Image vom Tönnies war ja eh schon lange im Eimer. Immer der gleiche Vorwurf. Tönnies bezahlt seine Leute mies und so. Als der Gabriel da war, konnte der Tönnies voller Stolz rum erzählen. Von wegen, ich bezahl mies. Bei mir kriegt einer sogar 10.000 Euro pro Monat, ohne dass er überhaupt was arbeitet. Und der Gabriel kann sich hinstellen und sagen, irgendwer muss halt mein Honorar reinarbeiten. Das ist praktisch eine Win-Win-Situation mit sehr vielen Verlierern. Offiziell hat der Tönnies den Gabriel fürs China-Geschäft geholt. Der Tönnies hatte jeden Tag 10.000 Schweinepfoten und Schweineschnauzen übrig. Wenn er das alles hätte wegschmeißen müssen, hätte er auch dafür einen Haufen Geld bezahlen müssen für die Entsorgung. Wenn er das Zeug aber dem Chinesen verkaufen kann, verdient er auch damit noch Geld. Weil der Tönnies der festen Überzeugung ist, der Chinese futtert alles, was quietscht, wenn man draufsteigt. Der Tönnies hat so gesehen eine ganz klare Struktur. Dem Gabriel hat er gesagt, Schnauze verkaufen. Seinen Mitarbeitern hat er gesagt, Schnauze halten. Ja, der Sigmar Gabriel war quasi der oberste Schnauzenlobbyist der Republik. Und der oberste Abfallvermeider. Also mehr Nachhaltigkeit geht gar nicht. Das sind doch 10.000 Euro pro Monat. Ein Klacks. Hat übrigens der Gabriel selber gesagt. Doch doch, Originalzitat Gabriel. Für normale Menschen sind 10.000 Euro viel Geld. Was sagt uns das jetzt über den Gabriel? Ganz normal ist der nicht. Und damit passt der Gabriel auch gut ins Jahr 2020. Da war ja so gut wie gar nichts normal. Für die Elektromobilität war 2020 ein sehr gutes Jahr. Beim Thema autonomes Fahren sind die Fortschritte höchst erfreulich gewesen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, im Sommer ist in Kanada ein Tesla mit 150 kmh gefahren. Sie werden jetzt sagen, wo ist das Problem? Ein Tesla, der 150 kmh fährt, ist keine große Gefahr, weil ja nach einer halben Stunde eh der Akku leer ist. Aber dieser Tesla ist komplett autonom gefahren. Während die Insassen geschlafen haben. Die Vordersitze waren komplett umgelegt und erlaubt waren nur 110 kmh. Aufgefallen ist das Auto der Autobahnpolizei. Weil durch die umgelegten Sitze kein Mensch drin zu sehen war. Und ein Elektroauto fährt ja an sich geräuschlos. Aber es drangen Schnarchgeräusche nach draußen. Erst ist das Auto nur 140 gefahren, also nur 30 zu schnell. Aber als die Polizei die Verfolgung aufnahm, hat das Auto von selber auf 150 beschleunigt. Jetzt kann man immer sagen, hey das war in Kanada, bei uns kann sowas gar nicht passieren, weil die Leute bei uns a nachts und b im Bett schlafen und tagsüber ist er bei uns auf der Autobahn, eh Stau. Aber es kommt immer öfter vor, dass man auch in Deutschland auf der Autobahn überholt wird mit Tempo 150 von einem Zweirad. Da denkt man sich erst als Normalsterblicher, Mensch ohne Schutzanzug Motorradfahren ist ganz schön fahrlässig. Nur um beim zweiten Blick dann festzustellen, ja leck, das ist ja ein Fahrrad. Ja, das Fahrzeug des Jahres 2020 ist das E-Bike. Ja diese E-Bikes sind ja echt ein Wahnsinn. Gut, da kann man immer noch sagen, ist doch prima, wenn die ältere Generation dank der E-Bikes wieder mobiler wird. Nur wollen viele Ältere jetzt nachholen, was bisher nicht möglich war, weil es die Gelenke nicht mehr mitmachen. Auf gut Deutsch, denipressiert. Das hat auch brutale Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. E-Bikes waren ab dem Frühjahr ausverkauft, dank Corona. Da wurden dann auch sehr schnell kriminelle Kreise hellhörig. Drum boomt jetzt auch noch der Schwarzmarkt für frisierte Akkus für E-Bikes. Die werden außerhalb Europas produziert, in so ausrangierten Atomkraftwerken. Und so ein Akku hält ja 10.000 Stunden. Und er ermöglicht Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 200 kmh. Und die Verkehrswissenschaftler fragen sich, wann wird aus diesem E-Bike-Boom eine Pandemie? Die Kriminalpolizei sieht ja diese Entwicklung äußerst positiv. Und die Kripo sagt, je mehr Senioren auf E-Bikes umsteigen, umso besser für die allgemeine Sicherheitslage. Die Rockerkriminalität z.B. findet so gut wie nicht mehr statt. Egal, ob jetzt Hells Angels oder Bandidos, die trauen sich jetzt alle nicht mehr raus. Weil die sagen, 80-jährige Kampfradler auf den Straßen sind für Motorradfahrer eine unkalkulierbare Gefahr. Und jetzt erst kapiert auch der ADAC, warum es mittlerweile eine satte Mehrheit gibt für Tempolimits auf der Autobahn. Der Anteil der Älteren steigt ja bekanntlich in Deutschland rasant. Und damit steigt auch die Zahl der Leute, die sagen, Tempolimit 120 ist für mich okay, weil Dermatologen herausgefunden haben, bei Tempo 100 auf dem Radl wird die Gesichtshaut am besten gestraft. Die bayerische Polizei hatte sich übrigens auch einige wenige E-Autos zugelegt als Streifenwagen. Die waren im Einsatz in Nürnberg, Augsburg, München und so. Anfang des Jahres hat aber ein Polizeipressesprecher gesagt, das E-Fahrzeug eignet sich nicht als Streifenwagen. Kritikpunkte waren zu geringe Reichweite und zu lange Ladezeiten. Und die Erfahrung hat gezeigt, E-Autos werden zu selten als Fluchtfahrzeug eingesetzt. Chancengleichheit ist so nicht gegeben. Man hofft jetzt, dass mehr kriminelle ökologisches Gewissen entwickeln. Oder aber mehr Grünen-Wähler werden kriminell. Ausrangiert werden diese E-Autos bei der Polizei aber nicht. Denn ein weiteres Manko der Polizei-E-Autos ist, hinten im Auto ist es zu eng. Also Festgenommene sitzen da zu eingezwängt. Hat den Vorteil, man spart sich die Handschellen. Und die Autos finden in Kneipenvierteln Verwendung jetzt als mobile Ausnüchterungszellen. Ja, die Polizei hatte gut zu tun dieses Jahr. Sie hatte auch so manch unerwarteten Einsatz. Zum Beispiel meldete sich die Zeitung Taz bei der Polizei und bat um Hilfe für eine Journalistin. Die Dame fühlte sich bedroht. Und zwar von den Reaktionen auf eine Kolumne von ihr. Die Kolumne hatte die Überschrift All cops are berufsunfähig. Und da hatte sie gemeint, dass Polizisten auf den Müll gehören. Das sagt jetzt wenig über die Polizei aus, aber viel über das Menschenbild dieser Journalistin. Wenn sie dann auf einmal daherkommt und Polizeischutz anfordert, ist das natürlich herrlich inkonsequent. Ja, aus ihrer Sicht logischer wär's eigentlich gewesen, wenn sie die Müllabfuhr um Hilfe gebeten hätte. Man muss in der heutigen Zeit eh froh sein, wenn sich überhaupt noch wer für Ausbildung bei der Polizei entscheidet. Anfang des Jahres wurde publik, sehr viele Bewerber scheitern am Deutschtest. Also hat die Bundespolizei vernünftig reagiert. Da hieß es, die Anforderungen an die Rechtschreibung werden gesenkt. Also bislang war es so, dass beim Diktat nur 20 von 180 Wörtern falsch geschrieben sein durften. Jetzt darf man 24 Wörter falsch schreiben. Wo ich mich natürlich frag, wer kapiert einen Text, in dem jedes siebte Wort falsch geschrieben ist? Und kapiert einer, der jedes siebte Wort falsch schreibt, einen fehlerfreien Text? Der grüne Ministerpräsident Gretschmann in Baden-Württemberg sieht das alles nicht so dramatisch. Zitat Gretschmann, wir haben ja kluge Geräte, die uns die Grammatik und die Fehler korrigieren. Nach der Logik braucht man dann auch keine Mathematik beherrschen, weil es gibt ja auch Excel und Taschenrechner. Klingt weltfremd, ist es aber im Jahre 2020 nicht mehr. Die SPD-Bildungssenatorin von Bremen hat es dieses Jahr praktiziert. In Bremen hat man nämlich die Aufgaben für das Matheabitur aus dem zentralen Abitur-Pool aller Bundesländer genommen. Das Ergebnis, ein grottenschlechtes Matheabitur. Was macht die Senatorin? Sie hebt alle Mathe-Abi-Noten an. Und zwar gleich um zwei Punkte. Auf Nachfrage sagte die Senatorin, das hätte sie letztes Jahr auch schon so praktiziert. Und in Zukunft will Bremen keine Aufgaben mehr aus dem zentralen Pool nehmen. Und falls das Abi dann wieder schlecht ausfällt, dann dürfen die Abiturienten ihre Mathe-Noten selber festlegen. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind da natürlich verheerend. Den Polizisten, die nicht gescheit schreiben können, auf Leute treffen, die nicht gescheit reden können. Da ist Ärger vorprogrammiert. Wer falsch schreibt, spricht auch falsch. Wer nicht rechnen kann, macht unfreiwillig falsche Angaben. So ein Polizist meint dann, schauen und sehen ist dasselbe. Also fragt er den Zeugen, wie viele Personen haben sie geschaut? Und der Zeuge antwortet, das Trio bestand aus vier Personen. Wenn der Zeuge sagt, ich kann mich nur ganz dunkel erinnern und der Polizist hat einen Migrationshintergrund, ist es schon ein Fall für Black Lives Matter. Diese Bewegung Black Lives Matter kannte man in Deutschland noch nicht so. Aber der Tod von George Floyd durch Polizeigewalt hat BLM auch nach Deutschland gebracht. Und die Frage lautete dann, braucht Deutschland eine Studie über Rassismus bei der Polizei? Innenminister Horst Seehofer hatte darauf eine klare Antwort, und zwar einen echten Dreissprung. Erst nein, dann ja, dann schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Hauptsächlich ging es da um Racial Profiling. Da meinte der Horst, darüber brauchen wir erst recht keine Studie, weil es eh verboten ist. Und Polizisten ist untersagt, verboten es zu tun im Dienst. Darum steht ja auch in keinem Polizeidienstplan. Donnerstag, 14 bis 18 Uhr, Racial Profiling am Hauptbahnhof. Aber selbst die Polizei wünscht sich mittlerweile eine Studie. Und zwar mit offenem Ergebnis. Da sagt der Horst, wenn das Ergebnis eh offen sein wird, können wir es auch gleich bleiben lassen. Naja, er hat einen Gegenvorschlag gemacht. Eine Studie über Rassismus in der Gesellschaft plus eine Studie über Gewalt gegen Polizisten. Dann stehen nämlich die Chancen gut, dass das Ergebnis nicht offen ist, sondern unentschieden. Da ist der Seehofer nicht stur, sondern flexibel. Wenn wir was lernen wollen aus dem Jahr 2020, dann eines, Flexibilität wird immer wichtiger. Gerade für junge Menschen. So manch einer muss seine berufliche Laufbahn komplett neu konfigurieren. Bis März dachten wir alle, es reicht, wenn der Laptop resistent gegen Viren ist. Jetzt wissen wir, auch der Beruf sollte resistent gegen Viren sein. Und wie ein Weg in eine finanziell entspannte Zukunft aussehen könnte, hat Kevin Kühnert aufgezeigt. Viele Konservative halten ihn vielleicht für einen Hallo-Dreh. Aber eigentlich ist dieser junge Mann sehr fokussiert und analytisch unterwegs. Sowohl in eigener Sache, als auch in Bezug auf die SPD. In eigener Sache hat er erkannt, er hat weder ein Studium abgeschlossen, noch einen Beruf erlernt. Und da bleiben zwei Perspektiven. Sozialfall oder Berufspolitiker. Und bezüglich der SPD hat er erkannt, die Parteispitze Esken Walter Beuerns ist in ganz Deutschland unbeliebt und der Olaf Scholz ist in der SPD. Unbeliebt, also ist die Lösung, Kevin Kühnert muss in den Bundestag, um die SPD zu retten. Das sollten sich durch Corona verunsicherte junge Leute vielleicht zum Vorbild nehmen. Wenn die Betriebe gerade nicht einstellen, oder sich sonst nichts Interessantes auftut, einfach für den Bundestag kandidieren. Die Chancen stehen besser denn je. Der Bundestag wächst ja uferlos weiter, dank der Überhangmandate. Mit Überhangmandat sind nicht übergewichtige Abgeordnete gemeint. Überhangmandate sind so eine Art Versorgungswerk für Volksparteien. Denn bloß weil die Zahl der Abgeordneten immer weiter steigt, wird die Arbeit nicht mehr. Aber der Kühnert wird kein Überhangmandat kriegen, sondern ein echtes Mandat. Das heißt, der muss dann schon richtig was leisten als Abgeordneter. Wer aber ohne großen Aufwand einen hohen Lebensstandard will, muss sich bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt melden. Die Arbeiterwohlfahrt an sich ist ja karitative Einrichtung. Aber dieses Jahr haben wir erfahren, die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt ist eher ein Selbstbedienungsladen. Und zwar für das eigene Spitzenpersonal. Eine Razzia mit 84 Beamten, also das muss wir als soziale Einrichtung erstmal hinkriegen. Vom Betrug bis Veruntreuung, alles dabei, völlig abgedrehte Gehälter, dicke Dienstautos. Die AWO Frankfurt hat nix ausgelassen. Und als Sahnehäubchen obendrauf ist auch noch die Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann involviert. Weil die Frau Feldmann war sicherheitshalber in der höchsten Gehaltsstufe, obwohl das ihre Stelle gar nicht hergab. Und als Ausgleich für die Überbezahlung gab es auch noch einen Dienstwagen für Sie, der auf diesem Posten gar nicht vorgesehen ist. Aber alles nur Peanuts im Vergleich zu dem, was sich der andere gegönnt haben sollen. Ein gewisser Jürgen Richter war AWO-Chef in Frankfurt, seine Frau Hannelore war AWO-Chefin in Wiesbaden. Kontrolliert sollen die sich gegenseitig haben. Und als die Frau dann aufhörte, wurde wer der Nachfolger? Der Sohn! Jawohl! Und Papa Richter soll ja das Dreifache des üblichen Gehalts bekommen haben, und Mama Richter dann das Doppelte. Plus angeblich 5000 Euro Zuschuss für das Auto von Papa Richter. Pro Monat! Ja, Leasing kann teuer sein. Und Mama Richter soll Papa Richter eine Rechnung über 141.000 Euro gestellt haben als Sonderbeauftragte. Wahrscheinlich, weil sie ab und zu ihrem Mann die Hemden gebügelt hat. Und das alles aber eh nur die Spitze des Eisbergs. Fazit! Diese Familie Richter hat der AWO und der Frankfurter SPD viel Freude bereitet. Die drei Richters. Ich glaub, die hätten es auch bei Wirecard weit gebracht. Und jetzt weiß man auch, kriminelle Clans muss es nicht nur bei den Arabern geben. Und jetzt machen wir eine kurze Pause für eine feierliche Gedenkminute. Ja, aus bayerischer Sicht gab es neben dem Trippel des FC Bayern auch noch einen weiteren Anlass zum Feiern, nämlich 75 Jahre CSU. Da macht man sich denken, was diesen progressiven Verein gibt schon seit 75 Jahren. Unfassbar! Apropos unfassbar, so richtig zu fassen war diese CSU nie. Einerseits monolithisch, andererseits enorm beweglich. Gefühlt die ersten 500 Jahre seit der Gründung bedeutete Macht für die CSU nur eines, die absolute Mehrheit. An dieser Zeiten scheinen ja passé zu sein. Jetzt haben sie natürlich auch die Rahmenbedingungen geändert. Niedrigzinsen, geringe Inflation, der FC Bayern als Dauermeister. Da lässt der Druck ruckzuck nach und schon macht man sich's unterhalb der 40%-Marke gemütlich. Weil's halt reicht. Und ganz wichtig, weil es Teilhabe suggeriert. Früher hieß ja Koalition für die CSU, bei schlechtem Wetter darf die Opposition im Landtag drinsitzen. Mittlerweile heißt Koalition, andere dürfen auch ein bissel mitspielen. Aber nur, wenn sie sich damit zufrieden geben, die Finger wegzulassen von den Ressorts Finanzen und Staatskanzlei. Derzeit hat die CSU zum Beispiel die Bereiche Wirtschaft, Kultus und Umwelt an eine befreundete politische Gruppierung ausgelagert. Weil die CSU nenne ich weit vor Corona und weit vor Fridays for Future nicht nur ahnte, sondern wusste, auf diesen Themenfeldern ist demnächst mit viel Ärger zu rechnen. Aber die CSU hat ja gar nicht die Zeit, sich da rumzuärgern, jetzt mit irgendwelchen ideologischen Grabenkämpfen. Denn sie hat wichtigeres zu tun, sprich regieren. Und damit setzt die Partei das Credo von Franz Josef Strauß um. Konservatismus als Speerspitze des Fortschritts. Also dieses Gespür, von welchen Themen man lieber fortschreiten sollte, weil das nur unnötige Reibungsverluste verursacht. So gesehen war die CSU ihrer Zeit immer weit voraus. Und ertrug dafür auch den Spott aller nicht erlauchten und nicht erleuchteten. Beispiele gefällig? Ewige Jahrzehnte, bevor Kohle als Treiber des Klimawandels gegeißelt wurde, setzte die CSU konsequent auf Kernkraft und ließ Gnade walten bei all den Anti-Atom-Demonstranten, die daheim mit Kohle geheizt haben. Epochen, bevor selbst den größten Bekämpfern des Flugverkehrs klar wurde, dass alle Airlines wegen eines läppischen Virus dem Untergang geweiht sein würden, setzte die CSU voll auf den Transrapid. Der Transrapid wiederum schaffte dann den Durchbruch als Technologie just in China. Weshalb das Virus auch entspannt und guten Mutes in China seine Weltreise begann. Und hier schließt sich der Kreis. Also heute an das Morgendenken ohne das gestern zu vergessen. Oder umgekehrt. Das ist die CSU. Ob die Welt ohne CSU ärmer wär, weiß kein Mensch. Aber nicht so lustig, wär's auf alle Fälle. Da wo die CSU ist, also ganz nach vorne, dahin will auch die Bundes-SPD. Und drum sind die Sozis als erste vorgeprescht dieses Jahr und haben ihren Kanzlerkandidaten präsentiert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Er ist ja leidenschaftlich wie ein Wandregal von Ikea. Aber ist er auch zuverlässig? Absolut. Als er dieses Jahr im Zuge des Cum-Ex-Skandals befragt wurde, hatte er doch tatsächlich Erinnerungslücken. Es ging um seine Zeit als Bürgermeister in Hamburg. Da hatte nämlich die Privatbank Wartburg wegen der Cum-Ex-Tricksereien Steuerschulden in Höhe von 47 Millionen. Aber das Finanzamt Hamburg hat dann gesagt, auf die 47 Millionen verzichten wir. Und zwar kurz nachdem Scholz mit einem der Eigentümer der Bank telefoniert hatte. Sehr schräger Zufall. Vor allem gab es dann auch noch weitere Gespräche zwischen der Bank und Scholz. Nur, das hatte der Scholz doch glatt vergessen. Sein Hirn arbeitet scheinbar sehr selektiv. Also unter 50 Millionen, da merkt sich der Scholz nix. Und drum darf er im kommenden Wahljahr wegen dieser Gaude vor einen Untersuchungsausschuss. Wie viel Zeit ihm da noch bleibt für den Wahlkampf, ist ungewiss. Weil er darf ja auch noch vor den Wirecard-Untersuchungsausschuss, weil die Finanzaufsicht BaFin beim Wirecard-Skandal hochprofessionell und souverän versagt hat. Und der oberste Chef der BaFin ist der Finanzminister. Ist Olaf Scholz also als Kanzlerkandidat noch glaubwürdig? Selbstverständlich. Denn in beiden Finanzskandalen hat er bewiesen, wenn's drauf ankommt, schaut er gnadenlos weg. Und wer zweimal ein Auge zudrückt, hat automatisch gar keinen Durchblick mehr. Und beim Stichwort keinen Durchblick landen wir last but not least natürlich bei der CDU. Denn die CDU weiß immer noch nicht, ob und mit welchen Kanzlerkandidaten sie antreten soll im nächsten Herbst. Das Trauma begann schon am 10. Februar. Als Annegret Kramp-Karrenbauer verkündete, sie will sich im Laufe des Jahres vom Parteivorsitz zurückziehen. Das sorgte für Schlagzeilen, weil alle Welt eigentlich längst verdrängt und oder vergessen hatte, dass die AKK die CDU führt. Ist jetzt nicht weiter tragisch, weil die AKK das ja auch selber dauernd vergessen hat. Aber seitdem toppt das Chaos in der CDU. Selbst die SPD wirkt neben der CDU auf einmal seriös bis sachorientiert. Für Anfang Dezember war ja ein Parteitag angedacht, der fiel aber dann flach wegen Corona. Dann hieß es, die CDU will einen digitalen Parteitag. Aber auch das war lange in der Schwebe, weil nicht jeder Delegierte über ein Faxgerät eine CDU-App verfügt. Dem Laschet war das gerade recht. Weil der ist eh weit hinten in den Umfragen. Der Einzige, der so bald wie möglich einen Parteitag will, ist ja Friedrich Merz. Weil er Angst hat, dass ihm die Zeit davonläuft. Und weil er ein Komplott vom Laschet gegen ihn befürchtet. Der Merz, der ist ja weit vorn in den Umfragen. Und beim Laschet sagen viele, mit dem haben wir keine Chance. Der ist von gestern. Beim Merz aber sagen die Gleichen, mit dem haben wir eine Chance. Der ist ja vorgestern. Aber dann muss halt bald ein Parteitag her. Ansonsten kann es gut sein, dass die Delegierten irgendwann gesagt hätten, wenn wir die Wahl haben zwischen Merz und Laschet, dann entscheiden wir uns natürlich für Söder. Markus Söder selber ist irritiert, aber doch nicht überrascht über den Zustand der CDU. Ja, für Söder ist ja die CDU eigentlich bloß nur eine sozialliberale Partei. Ja, weil die CDU verbindet erfolgreich das Kopflose der SPD mit dem Hirnlosen der FDP. Aber Söder lässt ja ausrichten, Hoffnung ist nah für die konservative Seele. Gerne zitiert Söder ja derzeit aus dem Buch Markus. Dort schreibt Söder im Kapitel 2, die Verse 7 und 8. Wer Ohren hat, öffne die Augen. Ich bin wahrlich kein Heiliger, sondern ein Eiliger. Ich sage euch, es eilet sehr. Je länger die Kandidaten suche, umso mehr drohen Pech und Schwefel. Also Walter Bojans und Esken. Nehmt euch in Acht vor Leuten, die sich Walter Bojans nennen, obwohl sie Norbert heißen. Denn nur einer nenne sich Norbert und der heißt Blüm. Und unverblümt will ich euch sagen, hütet euch vor einer Esken, die im Kopf die Ideen von Kevin Kühnert hat und auf den Kopf die Frisur von Jogi Löw. Sonst droht euch am Ende ewige Ödnis. Also Olaf Scholz. Zitat Ende. Die Black Lives Matter Bewegung hat ja auch Bayern erreicht, allen voran Augsburg. Da hatten im Frühjahr noch etliche Leute ein Zimmer gebucht im Hotel Dreimohren. Als sie dann ein paar Wochen später in Augsburg ankamen, war das Dreimohren weg. Also das Hotel gab's schon, aber den Namen Dreimohren, den gab's nicht mehr. Das Hotel hieß jetzt dann auch nicht Viermoren. Der neue Name lautete Maximilians. Ja, so ändern sich auch in Bayern die Zeiten. Früher war der Ausdruck Moor okay, jetzt stören sie halt manche dran. Es gibt aber schon ein paar Schlupflöcher für Traditionalisten, die jetzt auf das Moor nicht verzichten wollen. Die Miles and Moor-Karte von der Lufthansa dürfen sich nach wie vor so nennen, obwohl da auch Moor drinsteckt. Es ist aber schon insgesamt ein sehr deutsches Problem mit den Mooren. In Italien hat man aus dem Moor tatsächlich beliebte Namen gemacht. Mauro als Vorname, sehr häufig. Moro als Nachname. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, Sankt Moritz und Mauritius stammen auch vom Ausdruck Moor ab, aber liegt halt alles nicht in Deutschland. Also im Prinzip kann man sagen, in Deutschland ist es ein Kompromiss zwischen Schwarzen und Weißen Menschen, dass auf den Ausdruck Moor verzichtet wird. Aber wer Moritz heißt, muss sich keinen neuen Vornamen suchen. Der Vorwurf wäre ja auch naheliegend gewesen. Dass man sagt, wenn einer Moritz heißt, will er so tun, als ob er schwarz wäre. Und das wäre dann kulturelle Aneignung. Das ist auch so ein Begriff, den man dieses Jahr in Verbindung mit Black Lives Matter immer schon mal wieder gehört hat. Kulturelle Aneignung. Also ethnisch so tun, als ob, das geht nicht mehr. Und das ist eine der wichtigsten Lehren des Jahres. Roberto Blanco könnte sich heute nicht mehr Blanco nennen, weil Blanco Weiß heißt. Ganz zu schweigen von Roy Black. Heute ging nur noch Roberto Black und Roy Blanco. Oder noch eleganter Roberto Nero und Roy White. Man muss halt immer ein bissel kreativ sein. Da findet sich immer eine Lösung. Das Hotel in Augsburg hätt's ja übrigens auch einfacher haben können bei der Namensänderung. Ja, ein Café in Regensburg hat's vorgemacht. Das hieß auch Dreimohren, weil's eine Dreimohrenstraße ist. Dieses Café hat einfach zwei Punkte auf das O gesetzt. Und jetzt heißt's Dreimohren. Sie sehen also, wenn man sich ein bissel anstrengt, kann man durchaus politisch korrekt sein. Und nicht zu vergessen, schwarzfahren wird auch in Zukunft für Menschen jedweder Hautfarbe möglich sein. Also es besteht überhaupt kein Anlass für Schwarzmalerei. Wissen Sie, was mittlerweile richtig gut funktioniert? Die Kooperation zwischen den EU-Ländern. Hat man auch 2020 gesehen. Zum Beispiel zwischen Italien und Frankreich. Das hat sich ja bei dem furchtbaren Attentat in Nizza wieder bestätigt. Da hat ja alles von vorne bis hinten funktioniert. Ja, ein 19 Jahre alter Tunesier landet auf Lampedusa und steht vor zwei Beamten. Beamte A sagt zum Beamten B, du, das ist doch ein Tunesier, was macht der bei uns hier? Antwort des Beamten B, weil was man halt als Tunesier so macht, wenn man daheim nix zu tun hat. Also sagt Beamte A zum Tunesier, gestenreich Tu no bella Italia, Tunesier. Und der Tunesier versteht nur Bahnhof. Aber weil's auf Lampedusa keinen Bahnhof gibt, will er logischerweise aufs Festland. Der Beamte A sieht, dass der Tunesier auf eine Fähre aufs Festland will und sagt zum Beamten B, du, ich glaub, der will Richtung Norden. Den müssen wir doch aufhalten. Und der Beamte beantwortet, mei, nicht jeder beherrscht die Windruchtungen so gut wie du und spätestens auf dem Festland merkt er eh seinen Fehler und kehrt sofort um. Ja, so junge Leute müssen ihren Fehler lernen und dann auch korrigieren. Das war beim Attentat in Wien dann schon wieder anders. Ja, der Attentäter von Wien war mit den örtlichen Sitten und Bräuchen vertraut. Er war nämlich ein Mazedonier, aber Teilzeit Österreicher. Da hätte die Kommunikation klappen können, aber er wollte ja nicht. Und er war auch schon 20. Der Wiener Mazedonier wollte schon 2018 nach Afghanistan. Wurde geschnappt. Bisschen später wollte er zum IS nach Syrien. Wurde auch geschnappt. Da hat man den eingesperrt, weil man dachte, der will ja Terrorist werden. Und in der Haft hat er ja keinen einzigen umgebracht. Was haben sich die Behörden dabei gedacht? Vielleicht sowas wie, der wolle wahrscheinlich nur ein freiwilliges soziales Jahr machen beim IS, weil bei der Caritas gerade kein Platz frei war, den lassen wir wieder raus. Und kaum war er draußen, hat sich der mazedonische Wiener gesagt, jetzt will ich es aber wissen, ich fahr jetzt in die Slowakei und kauf mir Munition für eine Kalaschnikow. Das kam den slowakischen Behörden spanisch vor. Die haben das sofort dem österreichischen Ministerium gemeldet. Die Österreicher haben aber nicht gerade überreagiert. Die haben zu den slowakischen Kollegen gesagt, liebe Freunde, keine Panik, der will doch nur Munition. Was will er denn damit ohne Gewehr? Da haben sich die slowakischen Behörden gefragt, aber werte Kollegen, ab wann stuft ihr dann einen als gefährlich ein? Da hat der Wiener Verfassungsschutz geantwortet, gefährlich wird es erst, wenn sich einer ein Sturmgewehr von der deutschen Bundeswehr besorgt. In dem Fall ist nämlich klar, da ist nicht nur der Attentäter, sondern auch das Gewehr unberechenbar. Was lernen wir aus solchen traurigen Ereignissen? Solange manche Sicherheitsbehörden so deutliche Hinweise so ignorieren, können wir ruhig schlafen, weil dann nur noch ein Fazit übrig bleibt. Gute Nacht, Europa. Zum Ausgleich gab es aber viele schlaflose Nächte für Freunde der bayerischen Kultur. Denn was für die bayerische Seele besonders schlimm war dieses Jahr, kein Oktoberfest. Der erste Ausfall seit 1948. Das muss man sich vergegenwärtigen, 1948. Damals waren ja Leute, die erst später geboren sind, noch nicht einmal auf der Welt. Seit 1949, Oktoberfest durchgehend, bis 2019. 1949 hat die Maspyr übrigens 1 Mark 70 gekostet. 1 Mark 70, das kostete es letztes Jahr, wenn man mal auf der Wiesn aufs Klo musste. Und zwar in Euro. Und jetzt würden die Leute sogar 20 Euro für ein Maspyr zahlen, aber keine Chance. Für die Psyche war die Absage des Oktoberfestes ein Desaster. Weil die Wiesn ist ja schon mal auch so eine Gelegenheit, für einen Tag einmal alles zu vergessen. Und jetzt dämmert halt jeden, dieses Jahr gibt es dieses Vergessen nicht. Hat man früh gewusst. Du erinnerst dich permanent an alles. Obwohl 2020 an sich ein Jahr zum Vergessen ist. Also gerade für die Brauereien. Erst mussten ja alle Lokale schließen im Frühjahr. Dann kam ja bald das aus fürs Oktoberfest. Ja, aber das ganze Bier, das war ja entweder schon gebraut oder aber die Rohstoffe waren alle schon angeschafft. Die Tanks waren ja voll. Bayern ist ja in puncto Bier das, was Saudi-Arabien beim Öl ist. Wir Bayern sind quasi Bierscheichs. Ganz ehrlich, ich hatte zumindest am Anfang noch die Hoffnung, dass das Kultusministerium so ein Rettungsprogramm auflegt für die Brauereien. Naja, Sie haben es ja richtig gehört. Kultusministerium. Die Älteren werden sich nur erinnern an die Nachkriegszeit, so 1946, 1947, 1948. Damals gab es zwar keine Wiesn, aber es gab auch keine Schultüten für die Schulanfänger. Nur, es gab immer ein kleines Glas Bier, wenn man mit den Hausaufgaben fertig war. Und das war Motivation pur für die Schüler. Ja, darum gab es ja in dieser Generation quasi null Analphabeten. Oder, Gegenbeweis, die meisten Analphabeten gibt es heute noch in den Ländern, in denen Alkohol verboten ist. Deshalb hatte ich die leise Hoffnung, dass das Kultusministerium zumindest die alkoholfreien Plagerbestände der Brauereien dann aufkauft und als Willkommensgeschenk an die Schulen weiterreicht. Ja, aber der Piazzolo, unser bayerischer Kultusminister, hat leider schnell signalisiert, keine Chance. Weil mittlerweile sehr viele Schulanfänger eben auch aus anderen Kulturkreisen stammen, die mit dem Oktoberfest jetzt nicht so viel anfangen können. Und solchen Leuten ist halt auch alkoholfreies Bier suspekt. Bier ohne Alkohol ist ja generell für viele Widerspruch in sich, also unabhängig von der Herkunft. Ein Bier, das nicht das Gehirn beim Vergessen unterstützt, ist für die meisten ein Placebo. Ja, ist ja so sinnlos wie ein Tatort ohne Till Schweiger. Demonstrationen gab es ja auch reichlich dieses Jahr. Nicht nur Black Lives Matter, sondern auch Anti-Corona-Proteste. Das war ja von Anfang an ein bunter Haufen. Da mischen Leute mit, die gegen Corona sind. Für die gehört einfach Corona verboten. Dann sind da Leute dabei, die gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind. Und auch Leute dabei, die gegen Corona und gegen die Bundesregierung sind. Einige von denen halten Angela Merkel für eine Echse. Wieder andere halten Corona für eine Erfindung von Bill Gates. Wieder andere halten Bill Gates für eine Erfindung von Angela Merkel. Und viele von denen wollen sich ja nicht impfen lassen. Und noch mehr von denen würden sich aber gerne gegen Angela Merkel impfen lassen. Zum Teil sind die schon schräg drauf. Und deshalb nennen die sich, nein, nicht Schrägdenker, sondern Querdenker. Ganz ehrlich, ich war ja fasziniert von dem Gedanken, dass Angela Merkel eine Echse sein soll. Stellen Sie sich doch mal Angela Merkel einfach mal vor, mit kurzgeschorenen Haaren und statt im Hosenanzug in einem olivgrünen Trainingsanzug. Ja gut, lassen wir das. Ein Frontmann, der Protestler, war von Anfang an ein berühmter Veganer-Koch, der Attila Hildmann. Der Hildmann wird insgesamt sehr kontrovers bewertet. Für seine Fans ist er der Größte. Die Medien sehen ihn eher skeptisch. Ich glaub, der Spiegel war's. Der Spiegel hat mal über ihn geschrieben. Er brennt für das, was er tut. Manchmal hinterlässt er damit jedoch verbrannte Erde. Die Merkel mag der Hildmann übrigens gar nicht. Die Merkel soll der Hildmann sogar als Kommunistin, Zionistin und Satanistin bezeichnet haben. Und da sagen wiederum Merkel-Experten, das ist schon arg weit hergeholt. Also dagegen ist die These, dass sie eine Echse sein soll, fast schon wieder. Also liebe Zuschauer, Sie merken, ich krieg dieses Bild von der Merkel als Echse nicht mehr aus dem Kopf. Forscher von der Uni Basel haben sich die Querdenker mal genauer angeschaut und eine Studie dazu gemacht. Und diese Studie hat's ja in sich. In dieser Studie heißt es nämlich, sehr viele Querdenker wählen die Grünen, die Linke und die AfD. Und über ein Drittel von denen hat einen Hochschulabschluss. Also größere Bandbreite kann man sich ja kaum vorstellen. Die Querdenker wählen quasi so ziemlich alles. Bis auf Ägsten und Söder. Und darum sagen die Forscher von der Uni Basel, die Bewegung ist enorm widersprüchlich. Das kennt man sonst ja nur von der CDU. Da gibt's ja auch gleich drei Lager. Völlig konträr. Die einen sagen Laschet, die anderen Merz, die anderen sagen ja, wenn einer von den beiden, dann Söder. Sie finden das eine schräge Idee? Ja, das können wir noch locker toppen. Eine noch schrägere Idee hatte nämlich dieses Jahr Griechenland. Statt Barrierefreiheit wollte Griechenland eine neue Barriere errichten. Und zwar da, wo Barrieren Sinn machen, im Wasser. Genauer gesagt in der Ägäis vor der türkischen Küste. Sage und schreibe drei Kilometer lang sollte die Barriere werden, um Flüchtlinge aus der Türkei abzuhalten. Bis jetzt wurde diese Schnapsidee nicht verwirklicht vom Innenminister. Es könnte sein, dass ihm jemand verraten hat, solange man an einer Barriere an den Seiten links und rechts herum vorbeikann, macht sie wenig Sinn. Wie überhaupt die EU-Flüchtlingspolitik auch dieses Jahr wieder relativ sinnfrei war. Die EU gibt Griechenland viel Geld, damit die Flüchtlinge vernünftig untergebracht werden. Griechenland sagt, wenn wir es mit dem Geld den Flüchtlingen komfortabel machen, kommen wir noch mehr, da bauen wir doch lieber eine Barriere. Sowas wie das Elendslager in Moria ist die traurige Konsequenz. Einigen Flüchtlingen fällt in ihrer Verzweiflung nichts besseres ein, als das Lager anzuzünden. Griechenland sagt, aus Festland lassen wir die alle nicht, weil sonst brennen ja bald alle Lager. Aus Brüssel heißt es, man wolle eine europäische Lösung. Aber man ist sich einig in der EU, keine Alleingänge. Worauf die Bundesregierung sagt, gut dann machen wir einen Alleingang und holen 1500 Flüchtlinge aus Moria nach Deutschland. Griechenland sagt, ja seid ihr narrisch, dann kommen ja demnächst alle zu uns, weil sie hoffen nach Deutschland zu kommen. Die anderen EU-Länder wundern und ärgern sich einmal mehr über Deutschland. Gut, offiziell loben sie natürlich Germany, weil sie dann selber wieder die Hände in den Schoß legen können. Am Ende heißt dann in der ganzen EU, wenn es darum geht, Abmachungen nicht einzuhalten, ist auf Deutschland Verlass. Und Deutschland wird sagen, wenn es darum geht, uns mit all den Flüchtlingen im Stich zu lassen, ist auf die EU Verlass. Aber die EU verliert ja selbst bei so einem ernsten Thema ihren Humor nicht. Weil die Kommissionschefin von der Leyen, die hat einen Plan rausgehauen, der es in sich hat. Sie bekam aus Deutschland auch mächtig Druck. Die Grünen-Chefin Baerbock hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, jeder Mensch hat das Recht auf Asyl. Das stimmt zwar nicht, weil bekanntlich nur politisch Verfolgte ein Recht auf Asyl haben, aber so genau muss man es ja mit der Wahrheit nicht nehmen, solange es in den eigenen Kram passt. Und solange es die gewünschte Wirkung zeigt. Und die Wirkung war enorm. Die von der Leyen hat dann nämlich vorgeschlagen, Länder, die sich selber weigern, Asylbewerber aufzunehmen, sollen sich um die Abschiebung nicht anerkannter Asylbewerber kümmern. Und wenn sie die Abschiebung innerhalb von acht Monaten nicht hinbekommen haben, dann müssen sie selber die Flüchtlinge aufnehmen. Also der Hintergedanke in der EU-Kommission ist quasi, wenn wir die Polen und die Ungarn auf die Abgelehnten loslassen, steigt die Chance, dass wir sie wirklich loswerden. Und wissen Sie, welchen Namen die Frau von der Leyen diesen Mechanismus gegeben hat? Abschiebepatenschaft. Also wenn das so kommt, werden wirklich Freundschaften fürs Leben entstehen. Ja, tausende Nordafrikaner sitzen dann wieder in der Heimat. Für ihre Verwandten sind die einfach nur die Verlierer. Aber über WhatsApp sind sie täglich in Kontakt mit ihrem Abschiebepatenonkel. Ja, der hockt dann in Warschau oder Budapest und fragt, Mensch, Mohammed, wann kommst denn mal wieder vorbei? Ich würde dich so gern wieder abschieben. Also, Sie sehen schon, was die Frau von der Leyen vorgeschlagen hat, klingt sehr realistisch, nennt sich europäische Lösung. Und das ist die nette Umschreibung für eigentlich wollen wir gar keine Lösung. Für die Gleichberechtigung war 2020 gerade im Endspurt ein bombastisches Jahr. Auch Frauen sind Menschen. Ja, diese Einsicht herrscht mittlerweile auch in Regionen, die aus lauter Funklöchern bestehen. Aber in der Wirtschaft kam man leider nicht von selber auf diese Erkenntnis. In den Vorständen der Großkonzerne waren und sind Frauen leider sehr dünn gesät. Und da musste die Große Koalition einschreiten. Börsennotierte Unternehmen mit mehr als drei Vorständen müssen in Zukunft mindestens eine Frau im Vorstand haben. Ja, aber auch für Körperschaft des öffentlichen Rechts, Krankenkassen, Sparkassen wird es eine weibliche Mindestbeteiligung geben. Und das wird sich natürlich auch auf die Ausstattung der Vorstandsbüros auswirken. Als diese Nachricht mit der Quote publik wurde, führte das an der Börse zu einem Kursfeuerwerk. Also Grottaktien von Firmen, die bürotaugliche Schminktische und Kochnischen herstellen, gingen durch die Decke. Ja, woanders ist man schon wesentlich weiter mit der Frauenquote. Ja, besonders Paris hat sie daher vorgetan. Die Stadt Paris musste dieses Jahr sogar 90.000 Euro Strafe zahlen. Weil sie Männer diskriminiert. In Frankreich gilt, wenn öffentliche Posten ausgeschrieben werden, müssen beide Geschlechter mit je mindestens 40 Prozent vertreten sein. Und die Stadt Paris hatte aber von 16 neuen Leitungsposten nur fünf mit Männern besetzt. Also nur 31 Prozent. Und da hat das Ministerium für Verwaltung keine Gnade walten lassen. 90.000 Euro Strafe. Zu viele Frauen können also ein teurer Spaß werden. Ja, aber das kennen ja deutsche Männer bisher nur aus dem Privatleben. Aber von zu vielen Frauen in Top-Positionen sind wir in Deutschland noch weit, weit, weit weg. Also von daher ist die beschlossene Frauenquote zumindest schon mal ein kleiner Schritt. Kommentar der Familienministerin Giffey dazu übrigens. Penetranz schafft Akzeptanz. Ja, die Giffey hat sich ja besonders bemüht um die Quote. Von daher ist es auch ein schöner Erfolg für die Frau Giffey. Ansonsten hatte sie dieses Jahr weniger zu lachen. Ich meine, dass sie in ihrer Doktorarbeit geschummelt hat, ist ja allseits bekannt. Im Frühjahr allerdings wurde ihr Mann, also der Herr Giffey, gerichtlich als Betrüger entlarvt. Er war beim Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin beschäftigt, als Tierarzt. Und irgendwann hat er sich gedacht, wenn meine Frau mit bescheißten Bundesministerin werden kann, muss ich es ja mit dem Gesetz jetzt auch nicht so genau nehmen. Ja, dann hat er bei den Reisekosten betrogen, ist nach Lust und Laune von der Arbeit weggeblieben. Und hat gerne auch mal Arbeitszeitbögen falsch ausgefüllt. Ja, deshalb ist er dann mit Bausch und Bogen aus dem Landesdienst rausgeflogen. Aber er fällt weich. Ja, weil der Herr Giffey wird sehr wahrscheinlich First Lady von Berlin. Denn Frau Giffey will Bürgermeisterin von Berlin werden. Und sie hofft vor allem auf die Stimmen der zahlreichen Kleinkriminellen. Von denen hat ja Berlin wirklich mehr als genug. Ihr Wahlkampf-Motto steht jetzt schon fest. Ein Herz für Betrüger. Aus bayerischer Sicht müssen wir natürlich fragen, wie hat sich unser Mann in Berlin dieses Jahr geschlagen? Tja, was soll ich sagen? Andi Scheuer ist noch in Amt und Würden. Einige bezeichnen ja den Scheuer als Mautpreller. Aber sein Herz schlägt halt einfach für den Autofahrer. Und darum glauben ja Leute, die sich jetzt nicht so für Politik interessieren, der Scheuer ist der Präsident vom ADAC. Und er hat sich dieses tadellose Image auch dieses Jahr wieder verdient. Es gab im April nämlich eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, damit der Lappen schneller weg ist als bisher. Ein Monat Fahrverbot bei innerorts 21 zu schnell statt bislang 31. Und außerorts ein Monat Fahrverbot bei 26 statt 41 zu schnell. Für die Autofahrer war das eine gravierende Änderung. Jetzt durfte man ja den Tempomat in der Innenstadt nur noch auf 70 statt auf 80 stellen. Keine Ahnung, wie man so jemals ans Ziel gelangen soll. Aber jetzt kommt's. Das Bundesverkehrsministerium hatte einen Formfehler reingehauen in die Novelle. Und drum lagen auf einmal tausende Fahrverbote auf Eis. Das Delikate dabei ist, juristisch gesehen ist unklar, ob die alten Regeln gelten oder gar keine. Und da haben sich alle wieder einmal eingeschossen auf den Scheuer. Was haben die denn geschimpft? 14 von 16 Bundesländern haben die neuen Regeln ausgesetzt, wegen der juristischen Unsicherheit. Hat die Kritik dem Scheuer-Andi was ausgemacht? Nein, er blieb der Fels in der Brandung. Er hat ganz lässig gesagt, ich war ja von Anfang an gegen schärfere Regeln. Dann schauen Sie, das ist gelebtes Bayern-Tum. Leben und leben lassen, fahren und fahren lassen. Auf den Scheuer-Andi ist da einfach Verlass, wenn's drum geht, voranzukommen. Er ist ein Garant für freie Fahrt. Vielleicht wird das sein persönliches Motto für die Bundestagswahl. Auf mich können Sie einen fahren lassen. Mit welcher Grundstimmung sollten wir in Bayern also ins neue Jahr gehen? Natürlich Optimismus. Der FC Bayern hat mit dem Triple einmal mehr seinen Führungsanspruch in Deutschland und in Europa bestätigt und die bayerische Staatsregierung ebenso. Allein schon der Umgang mit den Themen Corona-Tests und Schule. Sehr vorbildlich. Denken Sie zum Beispiel an zehntausende Reiserückkehrer im Sommer. Die wurden getestet, waren etliche Positive dabei. Wenn man denen sofort Bescheid gegeben hätte, wäre ja die ganze Urlaubsstimmung im Eimer gewesen. Darum dachte sich die Gesundheitsministerin Hummel, jetzt lassen wir die Leute erstmal gemütlich daheim ankommen und dann sehen wir weiter. Nur irgendwann musste man halt die Leute informieren. Und dann war der Teufel los. Als dann noch bekannt wurde, dass die Gesundheitsministerin schon zwei Tage vorher Bescheid wusste, kamen sofort Rücktrittsforderungen. Und da gelang dem Söder einmal mehr ein genialer Schachzug. Er hat die Frau Hummel politisch in Quarantäne geschickt. Ihr Büro war quasi hermetisch abgeriegelt. Der Staatssekretär im Bauministerium wurde zum Hummelaufpasser ernannt. Dann wurde der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, ganz offiziell Corona-Koordinator. Der Pressesprecher der Münchner Polizei wurde Corona-Pressesprecher. Und um die Testzentren kümmerte sich fortan Innenminister Joachim Herrmann höchstpersönlich. Und falls der Herrmann mal keine Zeit haben sollte, kümmern sich halt dann TÜV und DEKRA. Die Einzige, die mit dem Thema Gesundheit und Corona nichts mehr zu tun haben durfte, war die Gesundheitsministerin. Ja, der Söder hat ja knallhart gesagt, du darfst nur im Amt bleiben, wenn du die Finger von deinem Amt lässt. Und das Volk hat der Gesundheitsministerin auch verziehen. Weil die Frau Hummel nämlich gesagt hat, sie ist sich keiner großen Schuld bewusst. Weil dadurch, dass die Getesteten zu spät informiert wurden, die Frau Hummel aber selber zu früh Bescheid wusste, ist es statistisch gesehen so, dass alle rechtzeitig informiert wurden. Ähnlich souverän war der Söder im Umgang mit seinem Schulminister Pierre Zollow. Vorteil für den Söder, der Pierre Zollow ist kein CSUler. Für den ist der Söder so gesehen gar nicht so recht zuständig. Bei Kritik von Schulen und Eltern kann Söder also immer sagen, beschwert euch beim Aiwanger. Der Pierre Zollow selber hat sich auch viel einfahren lassen, damit der Schulbetrieb ja nicht langweilig wird. Mal wollte er Präsenzunterricht, dann Wechselunterricht, dann war wieder Distanzunterricht angesagt und gerne auch mal Distanz lernen. Sodass am Ende sehr viele Schüler eine sehr große Distanz zum Lernen hatten. Und die Distanz vom Söder zum Pierre Zollow wurde auch immer größer. Der Ministerpräsident hat mit dem Schulminister nur noch über WLAN kommuniziert, damit keine direkte Verbindung zwischen den beiden hergestellt werden kann. Aber immerhin weiß man jetzt in der Staatsregierung, dass man nicht weiß, wie es mit den Schulen nach dem 10. Januar weitergeht. Wichtig ist, wir alle haben noch vom Frühjahr genug Klopapier für die nächsten zehn Jahre daheim. Professor Drosten ist zufrieden, weil niemand mehr von ihm verlangt, Bundestrainer oder Kanzler zu werden. Und in Berlin steht jetzt ein funktionsfähiger Flughafen, den niemand mehr braucht. Ja, irgendwie fühlt sich am Ende ja doch alles. Und es ist so ruhig im Lande wie noch nie. In diesem Sinne genießen Sie die starte Zeit.